Der neue König und die neue Königin von Dänemark sind zu einer Sitzung des Parlaments erschienen, und zwar auf eine ganz andere Weise als gestern. Wer hätte gedacht, dass die großen meteorologischen Kräfte ebenso große Fans von Königin Mere sind wie wir. Am Sonntag Kopenhagener Zeit, als in der dänischen Hauptstadt ein recht lebhafter Regierungswechsel stattfand, spielte das winterliche Wetter mit uns mit. Die Temperaturen lagen zwar nahe dem Gefrierpunkt, aber die 100.000 Menschen, die sich auf den Straßen der Stadt versammelt hatten, genossen dennoch einen klaren Tag. 24 Stunden später öffnete der Himmel seine Schleusen und schüttete Schnee auf die gepflasterten Straßen, so dass die Mitarbeiter des dänischen Parlaments, des Volketing, gezwungen waren, ihre großen Besen herauszuholen und den Schnee von dem roten Teppich zu fegen, der für die erste offizielle Verlobung des Königspaares ausgelegt war. Hätten wir uns eine perfektere Symbolik wünschen können? Ähnlich, wenn man so will, war das Wetter am Sonntag zwischen dem frisch verheirateten König Frederik und der Königin Mere für die Jahreszeit untypisch warm, und der Kuss der beiden glich eher dem unbeholfenen Ende eines ersten Renn des Vos als einer charmanten Zuschaustellung des Eheglücks. Dennoch spielten alle mit ihnen. Am Montag zogen nicht nur die Wolken auf, sondern auch die offensichtliche Wärme verschwand. Frederik, Mere und ihr ältester Sohn, Kronprinz Christian, trafen im dänischen Parlament ein und sahen dabei so adrett aus wie eine gute dänische Reproduktion aus der Mitte des Jahrhunderts. Sie setzten sich in die berühmte dänische königliche Limousine, einen Rolls-Royce Silver Ride von 1958, begrüßten herzlich ihre wartenden Verwandten, Königin Margrete, ihre Schwester Prinzessin Benedikta und den jüngeren Bruder des neuen Königs, Prinz Joachim, und nickten den Politikern höflich zu. Zwar sind die heiligen Hallen der demokratischen Macht kaum ein Ort, an dem man mit Gefühlsausbrüchen und PDAs aufwarten kann, die es wert sind, in die Seitenleiste der Schande aufgenommen zu werden, doch die Veränderung zwischen Frederik und Mere in nur 24 Stunden scheint spürbar zu sein. Schaut man sich Bilder des Königs und der Königin während desselben Parlamentsbesuchs in den vergangenen Jahren an, als sie seine Mutter, Königin Margrete, begleiteten, ist die Veränderung des Tons offensichtlich. Damals war es weniger ein arktisches Regal als ein glücklicher Beweis dafür, dass die wahre Liebe echt ist. Aber das war PM vor Madrid, vor Friedrichs unerhörtem Desaster in der spanischen Hauptstadt, wo er die Nacht in der Wohnung des Reality-TV-Stars und ehemaligen Schwiegersohns der Herzogin von Alba, Genoveva Casanova, verbrachte. Casanova hat jegliche Behauptung, die beiden hätten eine Affäre, kategorisch zurückgewiesen. Die Veröffentlichung der Fotos des Königs und von Casanova war ein schwerer Schlag für den Zauber, der die Ehe des Königs und der Königin auszeichnete. Die ganze Casanova-Affäre hat das Bild von Friedrich und Maria als nahezu perfekt, als bilderbuchwürdig, mit einem kalten Schauer überzogen. Plötzlich war es vorbei mit dem Feenstaub und all den kitschigen Zeitschriftenporträts, für die sie so gerne posiert haben, und nun ist die kalte Realität einer langfristigen Beziehung da. In den 36 Stunden seit der Thronbesteigung des Königs hat das dänische Königshaus Kongehuset in den sozialen Medien versucht, das verzauberte Bild von Frederik und Mary mit einer Art Vorschlaghammer zusammenzukleben. In nur 24 Stunden wurden auf dem offiziellen Instagram-Account 37 Fotos gepostet, darunter mehrere exklusive Schwarz-Weiß-Aufnahmen von hinter den Kulissen, die den König und die Königin als ebenso verliebt darstellen sollen wie das Bachelor-Gewinnerpaar. Was auch immer das dänische Wort, subtil, bedeuten mag, es ist eindeutig nicht Teil des Lexikons des Kongehuset-Social-Media-Teams. Was verloren gegangen ist, seit die Fotos aus Madrid aufgetaucht sind, ist der Glaube an das Wunder von Frederik und Maria, der nicht durch eine Flut von Social-Media-Pusts und den geschickten Einsatz von Coldplay in ihrem Video auf wundersame Weise wiederhergestellt werden kann. Wie auch immer die Marketingmaßnahmen des Palastes aussehen mögen, Frederik und Maria beginnen ihre Regentschaft mit einer weißen Weste. Sicher, die Menge, die sie am Sonntag vor Christiansburg begrüßte, scheint völlig fasziniert gewesen zu sein, und der Grad der öffentlichen Verehrung, den sie genießen, ist so groß, dass der Papst wahrscheinlich Notizen gemacht hat. Dennoch haben sie einen schweren Stand, um aus der größten Krise der Geschichte herauszukommen. Der verschneite Auftritt des Königs und der Königin im Parlament am Montag ist jedoch im wörtlichen und übertragenen Sinne eine etwas lahme Bemerkung für Frederik X. Leider ist der Satz, Maria ist wie eine Eissäule, in letzter Zeit ein immer wiederkehrendes Thema gewesen. Erst vor 14 Tagen nahm das Königsbar an seiner ersten offiziellen Veranstaltung seit der Abdankung von Königin Margrete teil, und die Stimmung war düster. Selbst die dänische Presse konnte den Zustand der Nation nicht ignorieren. Die Zeitung Extrabladet berichtete, dass die Stimmung des Paares auf dem Nullpunkt war.